Jutern Tag, hier ist der Guzoa. Ich bin wieder mit den Drachen unterwegs und keine Sorge, ich habe nicht irgendwas rausgeskippt oder sowas, weil ich ja total abgelust habe. Nein, es ging einfach nur darum, ich habe die Queen jetzt fertig. Das heißt also, wir können wieder irgendetwas machen, was 10 Millionen kostet. Das heißt, wir könnten eigentlich den Warden nehmen und den nehmen wir auch. Wir nehmen den Warden und verbessern den. Zabing, Junge, weil alles andere wäre dumm. Alles andere wäre dumm. Und jetzt überlege ich schon, den einfach zu upgraden. Ja, knallhart. Knallhart. Direkt into the face from the Gegner. Mal gucken, was hier geht. Okay, Support, Scamord, genau. Ja, nee, so ist es. Ja, genau, hier, da fragte mich der Axon-Silcon-Flex, Punkt Axon-Silcon-Flex, was ich denn hier suche und nicht im Normal-Implication bin. Dann sagte ich ihm halt auch Support. Und da schrieb er halt auch, Support ist kein Mord. Nee, ist halt wirklich so. Also wenn die halt sagen, ey, kann noch einer rübergehen oder sowas, tut mir gar nicht weh. Das tut mir gar nicht weh. Was mir weh tut, was mir wirklich weh tut, ist, wenn ich irgendwie einem Clan helfen will oder wie auch immer. Also ich sag mal, ich bin da ganz neu drin oder sowas. Und dann kommt halt einer auf die super geniale Idee. Also diese Idee könnt ihr euch immer gleich mal direkt into Sahara schmieren, weil sowas ist Mist, wenn halt einer reinkommt und man beschnuppert sich und wie auch immer und erst mal schön der Clan-Krieg-Button gedrückt wird und man ist dabei. Du bist seit 10 Minuten in einem Clan und dann bumm. Nein, bitte nicht. Will keiner. Es sei denn, es ist ein Clan-Krieg. Clan. Nee, also wie gesagt, von daher, das ist so eine Sache, die rate ich jedem, macht es nicht. Das kommt in der Regel absolut gar nicht gut an. Und in den meisten Fällen auch im Clan selber nicht, weil dann gibt's denjenigen, der einfach dann den Clan lieft und dann war's das. Nehmen wir den auch schon. Ich meine, jetzt habe ich natürlich wieder die Queen mit drin. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist total over the top. Ich habe die anderen Angriffe halt mittlerweile dann wirklich nur noch mit Warden gemacht. Und hier kann man zum Beispiel sowas machen, wie einfach mal die Queen droppen und zack, zack, zack. Ach, egal. Kommt. Ich will einfach nochmal probieren hier. Zack, 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 zack. Da wird die gegnerische Queen ausgeschaltet. Gucken wir mal, was die Queen hier noch macht. Also, hallo, hier, das Dunkeln noch. Ey, total, vollkommen egal. Eigentlich kannst du nur raufhalten. Nur raufhalten. Nebenbei machen wir noch den Warden klar. Und dann, ja, ach ey, komm, das ist... Ganz ehrlich, es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Das, ich weiß nicht, das dürfte irgendwie nicht sein. So krass dürfte es irgendwie nicht sein. So einfach. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse einfach erstmal hier. Und ich habe dann noch nicht mal die Freeze genommen, ja? Ach komm, hier. Lass. Lass stecken. Zack. Gewonnen. Wie gesagt, gönnt euch das bitte. Das ist ja jetzt kein Loot-Dolle. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist ja kein Loot-Dolle. Aber, ich habe hier Plus gemacht. Habe dann wiederum... Das kann man keinem erzählen, ey. Das kann man keinem erzählen. Da kommen ja noch die, was weiß ich, 200.000 Bonus dazu. Das ist eine Gelddruckmaschine. Also, ich sag mal, das ist eine Gold- und Elex-Druckmaschinerie, die hier gerade anläuft. Ja? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist der Knaller. Ja? So. Luft. wie lange ist der boost noch zehn minuten haben wir noch leute leute das ist mega awesome mega mega awesome und jetzt könnte man natürlich sagen man macht dass das gold sozusagen macht man noch so weit fertig hier tx dass man halt sozusagen danach noch was upgraden kann das wäre auch richtig geil mal gucken so jetzt gucken wir mal ich greife jetzt einfach mal eine base an eins zwei drei nun sind mit dabei 34 warn knallen wir hier mal auf dass wir ja noch ein paar prozentchen machen so freeze 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 dann kommt hier noch ein heal ich mach mal hier unbesiegbar zack zack freeze freeze weil die luftabwehren müssen natürlich jetzt auch mal irgendwann außer betrieb genommen werden hier zack einwandfrei ja wie gesagt ist jetzt nicht hier oh der op fight weil es ist nur ein 208 gewesen aber man darf nicht vergessen es wurden halt ich hatte auch nicht alle dragos dabei also von daher passt das schon alles okay versuchen wir mal gucken ich will nicht ich will jetzt erstmal na doch ich könnte sollte aber auch zu machen sein hier so eine so eine sachen hier erstmal sowas wo man halt gleich mal ein paar sachen hier in ordnung bringt worden hier hin hier und jetzt halt gucken wo sind die luftabwehren und da wohl halt die luftabwehren sind dann halt gleich jetzt erstmal pauschal schön den freeze gedroppt so freeze heal ah der war leider nicht so cool aber egal ah leider worden vergessen zu zünden aber egal sollte auch kein problemchen hier sein zack okay und dann kommen wir hier nochmal mit dem nächsten naja wie gesagt ist jetzt nicht äh spielerisch hier so das beste aber okay die haben alle überlebt irgendwie total kranker shit also wirklich ich bin gerade echt so pfff wirklich geplättet von der leistung halt was die halt können oh boost ist für ah queen ah ja klar klar die queen war nicht geboostet logisch konnte er nicht weil sie ja geschlafen hat die kleine maus nm heißt nochmal oder oh cooler loot verrenne ich mich da nicht irgendwie ich könnte mir vorstellen dass ich mich da verrenne aber ich sehe wiederum keine eagle dev ich probiere das ich probiere das einfach für die prozente hier außen dass ich wirklich sagen kann gut okay dann kriege ich es mit 50 prozent noch hin wenn es halt sonst nicht klappt da droppen wir jetzt mal ein bisschen was und die loons müssen jetzt hier mal ein bisschen gas geben hier hauen wir ein heal rauf hier rauf so jetzt will ich natürlich irgendwie auch hier weiter kommen dass das hier mal richtig schön gefreezed wird gleich dauer freeze durch und da nochmal ein freeze drauf so und jetzt wäre natürlich cool genau wir sind schon bei 48 prozent das passt das passt und hier halt wieder das gleiche thema das heißt also erst mal safe auf die prozente gehen hier kriege ich merke ich jetzt halt ich kriege das townhall nicht ich bin da too bad for this aber wir holen uns hier noch ein paar prozent also dann werde ich wirklich mit den dragos also mit den kleinen dragos wie der worden erstmal nichts macht auch nicht schlecht auch nicht schlecht auch nicht schlecht ne aber dann werde ich mit denen erstmal definitiv immer safe auf die 50 prozent gehen und dann wird man sehen was da halt weiterhin geht reicht mir gut vollkommen in ordnung wie gesagt bitte nicht vergessen ich habe dafür 60.000 gerade mal im elixierbereich bezahlt das ist da wo der frosch seine locken hat das ist das wo es halt wirklich für mich wirklich dann sinn macht wenn man dann eins in eins zusammenzählt und sagt ach ja stimmt da ist ja was also das ist echt richtig power betrachte mal meine base erstmal bowler maxed naja maxed habe ich die aber auch nicht achso falls möglich dann sage ich jetzt mal nein und ein gift kriegen wir auch hin so zack nein stay with me so hier kein problem kein problem so weiter geht's das heißt also wir kommen so jetzt mit kleinen Schritten die sind natürlich jetzt deutlich kleiner als halt mit dem äh mit den dragos aber äh mit den babydragen kommen wir trotz alledem hier ganz gut hin so jetzt haben wir natürlich noch die bauarbeiter immer noch auf zehnfach das heißt natürlich schön hier noch die base leer machen das macht natürlich richtig sinn dann in dem bereich nochmal on die gems mitnehmen da nochmal ein bush passt sehr geil so ähm haben wir das ich würde fast sagen wir sind durch ja eine minute boost noch doch leute lassen wir kann ich auf jeden fall nur jedem empfehlen auch wenn man sonst nicht mit lufttruppen angreift ganz ehrlich 100 gems nehmt die mit nehmt die mit mehr kann ich dazu nicht sagen das war's von mir haut rein ich wünsche euch was tschau tschau